Das Internet bietet natürlich wahnsinnig viele Möglichkeiten. Ich meine, es sind immer drei Milliarden Leute am Internet. Das hilft natürlich, viele Möglichkeiten, neue Leute kennenzulernen, interessante Leute kennenzulernen und vielleicht, wie ich weiß, auch die große Leute aufzunehmen. Im Internet hilft sich eine gewisse Möglichkeit zu verstoppen, und sich vielleicht einen besseren Lied durchzustellen, wie es in der Wirklichkeit ist. Und dafür ging es noch so, wann ich noch so Plattformen aussehe, immer ein bisschen misstrauisch sind, mit den Leuten, die in Kontakt sind, wenn die dann denken wollen, sollen mal am richtigen Leben treffen. Dann sollen sie treffen, auf einen öffentlichen Platz stattfinden, also auf einen Platz, wo viele Leute sind. Und am besten ist es immer, dass eine Vertrauensperson über das Treffen informiert wird oder dass eine Vertrauensperson vielleicht auf so ein Treffen mitgeht, dann hört die dann immer so zu sagen, es klingt sicher jetzt nicht. Also eine Erfahrung bei der B-Secure-Helpline ist, dass Männer ganz oft über Internet einfach von Sextauschen gehen. Also eine Betrugsmaß, die auch im Bereich vom E-Dating geht, das ist eine Betrugsmaß, die geht Romance Scam genannt. Das ist ganz oft so, dass Frauen davon abgehen dürfen, dass Frauen über ein paar Wochen, respektive über ein paar Wochen, dann mit einem Mann an Kontakt stehen, den Mann schreibt ihnen dann die schönsten E-Mailen, die schönsten Nachrichten. Aber schlussendlich könnte dann dabei, dass der Mann dann irgendwelche finanzielle Forderungen hat. Das sind dann ganz oft Sachen, dass er zum Beispiel am Ausland ist, für das Land zu kommen, muss er ein Fluchtticket holen, dann hätte ich ja suchen für ein Fluchtticket, wenn ich den Moment nicht leisten kann. Also gehen dann noch an noch immer mehr Suchen aufgezeigt, die die Frau, die dann wirklich um den Mann, und die lebt auch lebt, die die Suchen dann überweist, die dann natürlich noch nicht mehr rumgesagt haben. Also ein paar Rutschläge, die dann in Wilsing groß lebt, über das Internet sichern. Ein echt wichtiger Rutschläge ist, dass er die Geschäftsbedingungen von der Seite, wo er drauf ist, am Detail ist. Da das einst du ausstrengend mit, kann aber ganz heilfreich sein, nicht, dass du irgendwie verstoppte Kästen ob ihm mal optauchen. Dann ist es natürlich auch ganz wichtig für das Profil, den in einer hört, für den ein bisschen am Detail zu gucken, vielleicht sich auch nach einer Foto zu freuen, dass ihn doch auch immer in ein gesundes Misstrauen und in Dach lädt. Dass ihn auch immer an besonders Misstrauen ist, wenn er auch immer finanzielle Forderungen geben kann, und natürlich am grossen Ganzen dass ihn auf sein Bauchgefühl luistert. Weil, wie so ganz viele auf Internet verstanden ist, was er zu sehen, als vorher zu sehen, ist oft nicht vorher. 對, wie so ganz viel zu sehen, wenn er noch mehr ist, ja geht Untertitelung des ZDF, 2020